Hallo, wir sind mal wieder unterwegs. Der Frost liegt hier noch überall auf den Pflanzen und Pilzen drauf. Es ist Dezember, es ist kalt, aber das heißt natürlich nicht, dass es nichts zu finden gibt. Deswegen sind wir jetzt wieder unterwegs und gucken mal was überall so rumsteht. Den Anfang macht bei uns heute diese Pflanze hier. Nämlich die Karde. Die kann man jetzt auch im Winter noch ganz gut finden anhand ihrer Überreste, was man hier sieht. Also sticht relativ raus noch, obwohl es jetzt schon auch braun ist. Auf diesen Teil der Pflanze säen wir es natürlich nicht ab, weil es ist ja jetzt schon tot und bald nicht mehr da. Aber wir haben hier die Blattrosette. Das ist nämlich eine zweijährige Pflanze und im ersten Jahr bildet diese Blattrosetten hier aus, so wie diese. Und dann im zweiten Jahr entsteht dann das hier. Und im ersten Jahr hat sie natürlich noch viele Energiereserven, die sie dann braucht, um dann mal diesen Zustand hier zu erreichen. Und das speichert sie dann natürlich alles bis jetzt im Herbst bzw. jetzt ja schon Winter in der Wurzel. Ist jetzt nicht unbedingt so zum Essen. Könnte man auch machen. Aber wie man sieht ist jetzt nicht so viel dran. Ist jetzt auch von der Konsistenz her jetzt nicht so der Oberhammer die Wurzel. Aber in der Heilkunde hat sie schon eine sehr, sehr lange Anwendung. Also es geht schon bis ins Mittelalter zurück. Damit hat man damit so gut wie fast alles, kann man fast sagen, versucht zu behandeln. Also sehr, sehr viele Sachen. Da ist natürlich das Ding, wissenschaftlich ist davon fast gar nichts nachgewiesen. Also diese ganzen alten volksheilkundlichen Anwendungsgebiete sind da so gut wie nichts nachgewiesen. Was natürlich aber auch wieder im Umkehrschluss sehr oft daran liegt, dass auch nicht immer alles so explizit untersucht worden ist bisher. Weil gerade so große humane Studien mit Menschen und so, das kostet ein Heilengeld. Und ja, da investiert halt jetzt auch nicht so viele Leute drin. Aber ja, diese Wurzel. Also was man schon so weiß, sie ist schweißtreibend, harntreibend, antibakteriell. Ja, man kann sie zum Beispiel als Tinktur zubereiten. Also wenn man in der Richtung Bedarf hat, dann ist es sehr ganz spannend. Und was eben auch besonders spannend ist, ist das Thema Borreliose. Ja, weil Borreliose ist ja tatsächlich bei jetzt so Leuten wie uns, die viel im Wald und auf Wiesen unterwegs sind, doch schon eher eine ernstzunehmende Gefahr. Also wo es ja viele Sachen gibt, sowas wie Fuchsbandwurm. Ja, da machen wir auch nochmal ein Video dazu. Was dann doch eher nicht zu vernachlässigen ist, natürlich auf keinen Fall. Aber nicht so eine Gefahr ist, wie es oft dargestellt wird. Borreliose hingegen ist eine viel, viel ernstzunehmendere Gefahr. Ja, weil Zecken lauern überall. Und ja, man verspricht sich eben von dieser Wurzel der Karte da eine Wirkung. Ja, also es wird, teilweise liest man im Internet auch, ja das hilft auf jeden Fall. Okay, mit sowas muss man dann auch wieder vorsichtig sein. Also das ist auch ein bisschen, ja möglicherweise ist es so. Also es gibt so eine In-Vitro-Studie. Ja, das heißt die ist nicht am Menschen gemacht oder sowas. Und dort hat man durchaus positive Effekte zeigen können. Aber eine In-Vitro-Studie, sagt vielleicht eine kleine Tendenz aus. Aber ja, ist jetzt nicht so das Abschließende, wo man jetzt nicht sicher sein kann. Aber es hat, zumindest gibt es ein Potenzial in der Richtung. Und das ist ja schon mal ziemlich spannend, weil Borreliose ist halt eine ziemlich unschöne Sache. Und dementsprechend ist es natürlich gut, wenn man da Sachen findet, die da helfen. Und die Karte könnte potenziell hilfreich sein dabei. Ja, also gibt es auch schon durchaus viele Leute, die da mit Versuche gestartet haben. Inwiefern die jetzt erfolgreich waren, weiß ich auch nicht. Aber in der Richtung ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Pflanze. Also wächst an Ort und Stelle, wo man sich dann auch oft mal eben eine Zecke oder sowas einfangen kann. So im Wald, ja nicht komplett im Schatten, also mehr so im Halbschatten. Hier so am Wegesrand auch, wo ein bisschen mehr Licht drauf fällt. Mag auch ganz gerne Kalk. Ja, ist hier halt auch gegeben die Situation, weil hier am Wegesrand hier ist so ein bisschen Schotter eingearbeitet. Das heißt, wo wir jetzt eigentlich sind, also hier ist der Boden eigentlich sauer in dem Wald. Aber dadurch, dass hier so Schotter verarbeitet ist, am Wegesrand ist es da ein bisschen kalkreicher. Und deswegen wächst dann da die Karte. Ja, und jetzt haben wir wieder mal einen Pilz gefunden, der sich von der Kälte überhaupt nicht beeindrucken lässt. Ganz im Gegenteil, der kommt da erst richtig raus. Nämlich das Judasohr. Ja, haben wir jetzt ja schon sehr oft gefunden in letzter Zeit. Eigentlich fast immer. Hier liegt halt wieder mal so ein umgestürzter Holunder mitten im Wald. Und da haben wir auch das Judasohr drauf. Ja, wunderbarer Pilz jetzt im Winter. Gut fürs Immunsystem. Haben wir sogar ein Rezept da jetzt schon gepostet, auch mal, wo wir mit dem Judasohr auch eine Suppe kochen. Also gerade für Suppen ist das Judasohr eben besonders gut geeignet. Ja, und noch sonst. Also Van Gogh, der hätte wahrscheinlich großen Gefallen an diesem Ohr gefunden. Judasohr. Weil hätte er einen Ersatz gefunden für sein eigenes. Aber ja, hat leider wahrscheinlich keine Pilzwanderung mitgemacht und ist deswegen nie in den Genuss dieses Wissens gekommen. Also wie dem auch sei. Hier das Judasohr kann man jetzt wunderbar sammeln. Mitten im Winter sozusagen. Der nächste Fund, klein aber fein, der graublättrige Schwefelkopf. Also ein wunderbarer Pilz, der sich auch jetzt im Dezember von den paar Frösten, die es jetzt gibt, nicht beeindrucken lässt. Ja, da haben wir hier Lamellen. Die sind eher ins Graue. Ja, wie der Name auch sagt. Graubletträger Schwefelkopf. Also haben eher Grautöne. Was wichtig ist, um den zum Beispiel vom Gifthäubling abzugrenzen. Weil der hat eher so bräunliche Lamellen. Ja, und der hat auch eine andere Spornpulverfarbe. Also auch so kann man die unterscheiden. Aber auf den ersten Blick ist das mit dem Spornpulver ja auch nicht immer so einfach. Also ja, und dann haben wir hier auch noch die Stiele, die jetzt hier nicht so in der Längsrichtung irgendwie weiß gefasert sind oder silbrig. Auch das ist natürlich immer ein wichtiges Abgrenzungsmerkmal zum Gifthäubling. Ja, und der grünblättrige Schwefelkopf, den kann es auch durchaus immer noch geben. Aber der wäre jetzt hier oben an der Stielspitze eben eher grünlich gefärbt. Haben wir in einem Video ja auch schon mal so ein bisschen zwei nebeneinander gehalten und einen Vergleich gemacht. Und hier haben wir jetzt schöne kälteliebende Pilze wieder gefunden. Die Frostschnecklinge. Ja, also die fühlen sich hier wohl. Hier haben wir einen schönen Kiefernwald. Ja, ein bisschen Licht kommt hier auch rein. Die Sonne scheint so ein bisschen rein. Ja, und wir haben keine Nitratanzeiger. Also ein schöner nährstoffarmer Boden ist natürlich auch immer gut für so Mykorrhiza Pilze, wie die Frostschnecklinge ja sind. Ja, also auch die kann man jetzt immer noch finden. Erstmal nur zwei jetzt natürlich, aber mal gucken was noch kommt. Vielleicht haben wir noch Glück. Jetzt haben wir hier eine der wenigen Wildpflanzen, die auch im Winter noch schön prächtig dasteht. Oft die Vogelmiere. Kann man immer noch wunderbar sammeln, sich Salate draus machen. Dass man auch im Winter das Vitamin C bekommt. Und Chlorophyll auch nicht schlecht. Ja, also gerade in der Richtung ist es sehr gut. Und ja, Wildpflanzen, die so aus so einem Wald sind, mit einem gesunden Boden. Ja, so wie hier. Ich meine hier das Laub. Das kann hier immer liegen bleiben. Hier haben wir sehr viel Eichenlaub, zum Beispiel in dem Fall. Aber auch Nadeln. Und da entsteht ja so eine richtig schöne vitale Humusschicht. Ja, also wo hat man sowas noch, wenn nicht im Wald. Und da in so einer Schicht, da leben natürlich auch wunderbare Bakterien. Ja, viele schöne Bakterien. Insofern ist es natürlich auch sehr gut so fürs Microbiome. Ja, also für die Darmbakterien. Wenn man Wildpflanzen isst aus dem Wald und so, wo eben schön das Leben richtig drinsteckt. Auch im Substrat, wo die rauskommen. Und ja, kann sogar manchmal sein, dass eben auch so Wildpflanzen Vitamin B12 enthalten. Ja, beziehungsweise nicht enthalten, sondern dass eben sich da ein bisschen drauf befindet. Weil das ja im Zusammenspiel mit Bakterien überhaupt erst entsteht. Und das kann sein. Ist aber natürlich jetzt nicht unbedingt verlässlich. Man sollte jetzt nicht sich darauf verlassen, dass jetzt Wildkräuter immer B12 enthalten oder so. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Aber es kann durchaus mal sein, dass man da ein bisschen was abkriegt. Ja, und hier, wie man sieht, ein richtig schöner großer Teppich, Vogelmiere. Also da kann man mehr als den ganzen Salat sammeln. Ja, wunderbar. Und mit Eisen und Folsäure. Genau. Denn Folsäure, ja, Fol bedeutet ja Blatt. Und auch Folsäure ist natürlich immer gut. Eisen sowieso auch. Also alles da, alles dabei. Richtig gut. Und hier wieder mal was für den abendlichen Tee oder auch als morgendlicher Kaffeeersatz geeignet. Der schiefe Schillerporling. Auch als Chaga bekannt. Ja, letztens erst gefunden. Heute direkt wieder. Ja, irgendwie im Winter findet man die einfach besser, wenn das ganze Laub nicht mehr da ist und so. Und man freie Gesicht hat auf die Birken. Ja, hier wieder ein wunderschönes Exemplar. Man sieht es hier innerlich. Ja, der leuchtet richtig golden. Und außen ist er schwarz wie Kohle. Das kommt vom Melanin. Der Haupt, der Farbstoff, der auch die Haut bräunt in der Sonne. Und ja, wunderbar. Sehr viel Antioxidantien. Also wirklich sehr, 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 sehr viel. Sehr gesund. Also den werden wir wieder ein kleines Stückchen schneiden und trocknen. Und dann, ja, meistens machen wir Tee draus und mal gucken, was wir noch so damit machen. Dieses Jahr. Hier jetzt nochmal was schönes für den Salat. Die Knoblauchsrauke kann man jetzt auch immer noch gut finden. Vor allen Dingen in Wäldern am Wegesrand. Ja, ist auch recht leicht zu erkennen. Gerade jetzt im Dezember, wo nicht mehr sonst so viel wächst, fällt die schon recht auf mit diesen großen Blättern. Ja, also hat er auch dann sehr prägnanten Duft, wenn man die so ein bisschen so zerreibt. Ja, also ja, ist schon vorhanden bei der Kälte. Natürlich nicht so intensiv wie an einem heißen Tag unbedingt immer. Aber schon vorhanden. Ja, und die Wurzeln, die schnippeln wir uns in Salat oder raspeln die. Je nachdem. Die sind sehr intensiv. Ja, schmecken nach Knoblauch und nach Senf und sowas. Also haben sehr viele gute Senf- und Knoblauchöle drin, die eben schön die Atemwege frei machen und so. Also wunderbare Sache. Passt natürlich gut zu der Vogelmiere im Salat. Also das ist auf jeden Fall sowas, was man jetzt immer noch gut finden kann. Diese Wurzeln, ja, die gibt es sehr viel, vielerorts im Wald eben am Wegesrand. Kann man auch guten Gewissens ausgraben. Ja, also ist jetzt keine Pflanze, die jetzt gefährdet ist oder irgendwas in der Richtung, sondern tritt wirklich massenhaft auf. Oft und dementsprechend ist es natürlich perfekt für den Winter. Also hält einen gesund und fit und gibt es auch noch überall. Was will man mehr? Ja, hier haben wir die Herbstleuchel gefunden am Wald des Rand. Die ist relativ selten. Ja, ist ganz gut erkennbar. Hat nämlich einen ziemlich hellen, lappigen Hut sozusagen hier. Ja, also bei vielen anderen Läucheln ist der Hut eben eher dunkel. Und dann haben wir diesen gerippten Stiel, ja, der auch so weiß ist. Also die hat recht markante Merkmale. Der Hut ist auch hier nicht so irgendwie angewachsen oder sowas. Also zumindest nicht hier außen, in den äußeren Bereichen. Und ja, die Herbstleuchel. Eine ziemlich umstrittene Angelegenheit. Also es gibt Leute, die sagen, die ist essbar, wenn man die sehr, sehr gut abkocht. Und ja, manche sagen, man sollte das Kochwasser dann auch wegkippen. Auf jeden Fall. Und die dann vielleicht nochmal abkochen. Und ja, also das gibt es die Aussage. Es gibt aber auch die Aussage, man sollte sie nicht essen, weil Läucheln, ja, bei Läucheln gibt es eben sehr, sehr viele, sehr, sehr giftige Geschichten. Ja, Gyrometrin-Syndrom macht keinen Spaß so. Also zum Beispiel die Frühjahrsgiftleuchel ist da auch so ein Kandidat, die hat es richtig in sich in Sachen Gift. Ist auch insofern problematisch, dass das Gift auch teilweise bei den Dämpfen beim Kochen aufsteigen kann. Ja, das heißt, man kann sich da schon eine Pilzvergiftung einfangen, nur durch die Dämpfe beim Kochen. Also, wenn man die Frühjahrsgiftleuchel kocht. Bei der hier, wie gesagt, Essbarkeit sehr umstritten. Also, ja, tendenziell eher nicht zu empfehlen, würde ich mal sagen. Müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Eigene Verantwortung. Ja, aber hier trotzdem natürlich ganz spannend. Schöne Vorkommen davon. Also, hier die eine exemplarischen haben wir hier in der Gruppe. Ja, und hier auch noch mal eine ganze Menge. Und da, ja, die habe ich mir gerade vorbeigelaufen. Da wachsen auch welche. Also, hier überall verstreut am Wegesrand. Ja, hier sind auch noch mal ein paar schöne. Also, sehr spannend auf jeden Fall, die jetzt auch noch im Dezember zu treffen. Es gibt ja Pilze, die einen mental auf eine Reise durchs Universum schicken können. Und die Herbstleuchel, die kann das ganz physisch. Ja, denn die enthält Spuren von einem Stoff namens Monomethylhydrazin. Und das wurde tatsächlich schon benutzt von der NASA als Treibstoff für Satelliten und für Space Shuttle. Na, wie ihr sehen könnt, auch im Dezember, wenn er schon fortgeschritten ist, kann man immer noch ordentlich Sachen finden. Ich meine, wir haben jetzt Judas Ohren. Wir haben graubleittrige Schwefelköpfe. Wir haben Vogelmiere. Ja, wir haben Knoblauchsrauke. Da haben wir noch ein paar Gebutten gerade eingepackt. Ja, auch natürlich immer gut. Auch sehr viel Vitamin C und Vitamin A. Ja, Carotenoide aller möglichen Couleur. Also sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und Chaga ist auch mit am Start heute. Also auch ein Getränk dazu ist gesichert. Ja, also wunderbar, was der Dezember auch immer noch so eigentlich zu bieten hat teilweise. Wenn man ein bisschen sucht, klar ist es ein bisschen mühseliger. Ja, wird immer mühseliger auch so. Mit jeder Woche im Dezember wird es immer ein bisschen schwieriger, was zu finden. Aber macht ja nichts. Muss man sich halt die Zeit nehmen. Ist wichtig. Sollte man machen. Ja, also schöne Funde, schöne Sache, interessante Sachen gesehen wieder. Und dann sehen wir uns bald wieder.